Hallo meine Lieben, ich bin Selisa von meinem Friseur Ursula Roth. Wie ihr seht, wir haben für euch ein Osternest vorbereitet, bzw. ja, ich für meine Familie. Ich schenke ihnen La Boutée, das Shampoo, was habe ich noch, für meine beste Freundin von Sanssouzi, ein Browsing Powder. Das ist ganz neu angekommen. Dann schenke ich meiner Mama La Capsule Boutée, Kapseln zur Erfrischung, zur Feuchtigkeit, für das Gesicht. Dann schenke ich meinem Papa Creme Energie. Es erfrischt genauso und ich denke, mein Papa wird sich darüber freuen. Ja, mit meinen Kolleginnen zusammen wollten wir euch schöne Ostern wünschen. Falls ihr noch kein Geschenk habt, schaut bei uns vorbei und ja, macht's gut. Schöne Ostern, tschau. Schöne Ostern, tschüss. Und Daumen nach oben.